Was ist das Problem, mit dem wir uns beschäftigt haben? Was ist das Problem, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem wir uns beschäftigen, mit dem wir uns beschäftigen. Wie ist der Ort erreichbar? Gerade bei Hochwässern ist es ja meistens so, dass man nicht mit dem Auto hinkommt und Boote auffahren muss oder so. Ja, das kann man alles posten und sich für andere eben beim Berg mal machen. Das ist auch für die Retter dann nützlich, weil einzelne Retter posten können, da gehe ich hin, da muss kein Zweiter hin, sodass am Ende nicht zwei, drei Rettungsteams vor einem Verletzten stehen, der eigentlich nur eins gebraucht hätte. Genau, dann die verwendeten Quellen von uns waren einmal, wir haben Wetterkarten genommen, zwei verschiedene, einmal mit Wind und einmal mit Niederschlag von Mapbox und dann haben wir noch eine Straßenkarte als Grundkarte genommen und die ist von OpenStreetMaps. Genau, dann, wir haben das Ganze mit JavaScript und HTML gemacht und dazu haben wir, um das uns ein bisschen zu lernen, haben wir Leaflet verwendet. Genau, dann, die Icons haben wir selber gemacht und das Ganze läuft auf einem lokalen Web-Server. Hier sehen Sie noch ein paar von vielen Icons, die verwendet werden können, um Punkte auf der Karte zu markieren oder zu markieren, wie man zu diesen bestimmten Punkten kommt. Schauen wir uns das Ergebnis doch mal an. Genau, also das hier ist jetzt der lokale Web-Server. Sieht man hier, wir haben die Karte, die richtet sich quasi nach dem GPS des Geräts aus und dann können wir hier sagen, was wir auf die Karte drüberlegen wollen. Zum Beispiel hier die Wetterkarte mit dem Regen oder mit dem Wind. Wenn man jetzt weit raus geht, sieht man auch, dass dann so lila an den Schlieren kommen. Ja, dann sieht man so lila an den Schlieren. Das sind dann zum Beispiel, wo viel Wind ist oder blau, da ist dann viel Regen. Genau. Dann, wir haben links dann zwei große Fenster. Einmal mit I am needing help. Wenn man den drückt, dann kommt da, wo man gerade ist, ein Punkt. Zum Beispiel jetzt hier in Ulm bei uns. Und dann kann man quasi noch sagen, ich kann helfen. Dann wird der Punkt grün. Oder hier ist Food zum Beispiel. Dann kommt so ein Essenssymbol und das kann man dann auch woanders hinziehen. Oder es gibt auch noch, hier ist medizinische Versorgung. Equipment und hier ist ein Sammelpunkt. Und das sind eigentlich so die großen Sachen, die wir hatten. Genau. Dann ganz unten haben wir auch nochmal, von wem das Projekt ist und halt drei Links zu spenden von Katastrophenhilfsorganisationen. Ja, das wäre unsere Präsentation gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus